Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und ja, heute möchte ich meine Belohnung abholen aus den Squad Battles spielen und ja, da haben wir dann drei Sachen hier, das seht ihr jetzt leider nicht, weil ich davor sitze und dann haben wir hier noch zwei Ziele, irgendwas erreicht, da gehen wir am besten mal als erstes drauf, so, mal schauen, was für Ziele ich hier erreicht habe, äh, zack. 250 EP, ja, und dann haben wir noch bei Meilensteinen etwas, schauen wir mal, was wir da haben, ja, auch nichts Weltbewegendes, Transfermarkt, irgendwas hier, Stadionthema, hm, braucht man nicht, ja, erstmal möchte ich mal ein Team zeigen, und zwar habe ich ja die SP Sieg gemacht, hier von Can, da oben, ja, die habe ich gemacht, ja, ich habe jetzt eine Teamstärke von 182, ja, könnte besser sein vielleicht, also ich möchte hier, hier möchte ich noch Kimmich haben, und hier möchte ich noch, äh, Koretzka haben, und hier natürlich noch Davies, und hier unten Neuer irgendwann mal, äh, Halzenberg, hab ich, äh, Halzenberg, habe ich mir am, der Samstag Nacht Streaming, äh, gezogen, ich weiß nicht, ob ich den Rhein machen soll, ihr könnt ja mal entscheiden, soll ich den Rhein machen für Hernandez oder für, äh, Boateng, oder soll ich ihn auf der Auswechselbank lassen, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ja, so, dann gehen wir mal meine Belohnungen abholen, mal schauen, was wir da in den Packs haben, vielleicht haben wir ein bisschen Glück, ja, tausend Münzen waren auch noch drin, in der Belohnung, so, dann schauen wir mal in die drei Packs hier rein, ein Goldpack, das öffnen wir als erstes, so, vielleicht haben wir ja einen Walkout, aber, mal schauen, was hier schon mal keiner, mal schauen, was wir hier haben, wir haben hier, alle ja, 81 von West Ham, naja, ok, schauen, was noch so drin war hier, uff, ok, aber ein Doppelter hier, es gibt übrigens nochmal 300 Münzen, und der Rest kommt erstmal in meinen Verein, dann das zweite Pack ist ein Premium Gold Pack, dann schauen wir mal da rein, vielleicht ist da ja irgendwas drin, äh, auch nicht, wen haben wir hier jetzt, Ham, Dalla, ah, ja, den hab wir wohl schon immer haben, oh Gott, ja, dann haben wir noch Luzano, Rios, äh, Pablo von Nals, Fules, Mori, Unali, Lopez, äh, Zazeres, ja, alles klar, alles Spieler, wo ich haben wollte, so, und das letzte Pack ist ein seltenes Gold Pack, ja, mal schauen, was wir hier drin haben, komm schon, noch ein bisschen Packlack haben hier, Oh, da ist was drin, oh, ZM, Arsenal, oh, mit 84er Partei, oder Partei, äh, ja, keine Ahnung, was ich mit dem machen soll, mal schauen, ich hab keine Ahnung, ist der irgendwas wert, äh, mal grad gucken, ja, moin, der wirklich so viel wert, dafür könnte ich mal Kimmich kaufen, oder Babys, ähm, wisst ihr was, ich gucke mal grad in Dingsweil, ähm, so, wie heißt der Partei, so, ich gucke mal grad in Footbin, 90.000, der Wert, ja, moin, komm, ich spiele den eh nicht, dann mach ich den mal hier auf, äh, hier mach ich ihn auf 90, 90.000, und hier setze ich ihn auf 93.000, äh, 3 und hier neun, zack, ich mach immer sechs Stunden, dann brauch ich nicht immer mal draufzusetzen, so, wenn ich den Verkauf hab, und dann kann ich mir ja Dings holen, Kimmich, oder Davis, mal schauen, äh, bei denen hier muss ich mal selbst gucken, auf Footbin, was die wert sind, weil, hier, nach dem Preisvergleich, kann es nicht gehen, weil die setzen das eh immer wieder rein, wie, ja, aber hier siehst du schon, 650, also kann der nicht viel wert sein, der hier bestimmt auch nicht, Preisvergleich, ja, dann sieht man schon, der ist auch nichts wert, ja, Also, ein Monster Watch Spieler, oh, ich hab ihn verkauft, das ging aber schnell, ich hätte noch am besten höher verkaufen sollen, äh, ok, dann ist er, Liste, So, jetzt habe ich 97.900 Münzen, jetzt gucke ich mal gerade noch, was Kimmich wert ist, oder, ich glaube, Davis ist zu teuer, gucke ich mal gerade Kimmich, Was der wert ist, Der ist, Laut Footbin, 59.000 wert, So, dann seht ihr jetzt direkt mal, dass ich mein Team kaum nicht, verstärken werde mit Kimmich, Kimmich, So, der soll der 59 wert sein, mal gucken, Ich schätze mal, dass ich den nicht für 59 bekomme, Schauen wir mal, Also, hab ich mir schon gedacht, 60, Okay, für 60.000 ist okay, So, Also, Seht ihr in diesem Video, dass ich mein Team um einen Spieler verbessert habe, So, dann gehen wir auch in ein, Äh, Mannschaft, So, Hol ich mal einen hier raus, Äh, Am besten den hier, Zack, Zack, Und Kimmich rein, Und schon habe ich 183, Ja, Das war es mit diesem Video, Ich hoffe, Euch hat es gefallen, Am Donnerstag kommen die, Äh, Die Vision, Äh, Belohnungen, Vielleicht mache ich auch wieder ein Video, Da würde ich sagen, Haut rein, Bis zum nächsten Mal, Und auf Wiedersehen, Tschüss, 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 Tschüss. genauso